Sooo! Willkommen zurück zu unserem Adventure! Strickstich Gold! Oh! Dingenskirch! Super Mario Gold! Nachdem wir letztes Mal fein sörperlich fast alles ganz gut besucht haben... Ja, nicht so einfach... Ähm... Werden wir... ... heute von die Europa angehalten haben? Hallo Juma! Soll es das heute gewesen sein? Jaaaa... Hit verließ auch um ein süßes Clubgelände, wenn er seine Runde beendet hatte! In dieser Gegend gibt es so viele Gäuferlagen, auf denen man alles mit verschillen kann! Mit Schätze wird er wohl hingegangen sein! Gut, danke für dich! Juh, wir können uns bald bewegen! Nee, wie hier! Nein, Moin! Ich hab' die Idee! Lalalalala... Ne, doch, ja... Hallo Baum, ich liebe dich! Hallo Baum, hallo...? Hallo Arohl! Hallo... Somebody's ... Tän. Detleger ... Hallo Baum... Hallo ... Hallo Baum... Bittet mal in die Kommentare schreiben, ob Diогi bestimmt ob irgendwo irgendwas gibt. dieses Gelände ist anscheinend auch zu hier steht demnächst Eröffnung des Golf Miniparks da wollen wir hin das ist unser Clubhouse das ist hier steht grün in Auslösung betreten zur Zeitverboten ne grün die Grün-Kläger lässt sich nicht rein das schreit hier steht betrübte Golfer in Besuchung und zu euer Spieltag und in die Spieltag zurück ja nein das ist da können wir später hin hier steht Koko Koko ist vorübergehend geschlossen ok das ist ein Schläger ah ja der hat immer gespielt hallo du musst du dich haben du musst du dich haben du musst du dich haben so hallo Digga hey du hast deinen Schläger geboren super ja damit dein Schmiede ist dir ein tierisches Z also abgemacht cool also was für ein Schläger soll ich sein oh Distanz bekommen wir später aber ich weiß nicht sehr viel später hm schläger für bessere Bekontrolle schläger für größere Bekontrolle schläger für größere Switchpot ja das nehmen wir einfach mal rein ich lege für besseren Schwung ich lege für flach guck mal ne das ist du ja ich lege für bessere Schwung ja ja ich mach dir die sofort fest ich setz dich und sie nicht mehr dabei zu was ist denn zu schnell oh mein Gott das ist doch heiß ta-da deine eigenen speziale gefälligsten virale Schläger ähm möchtest du deine Schläger austauschen ja dann doch um gut ich bewahre deine anderen Schläger ja komm vorbei und gib mir Bescheid wenn du sie wieder haust ähm hey was kann ich für dich tun die Schläger wechseln jetzt hab ich alle geordnet guck mal da ändert sich ja genau ähm Kontrolle ändert sich ein bisschen ja und die Höhe da ändert sich die Höhe äh ach so weniger Höhe und weniger Kontrolle ok ich drücke mir das für Vorteile genau gar keine ähm ok ok diese Schläger sind anscheinend totaler Lust ähm ok ok so ich lieber einen Standartschläger danke was für eine Verschwendung hellgol hier steht stelle dein Können auf die Probe lass deinen verfügbaren Schläger vom Schicksal stimmen nö ok wir wollen erstmal eine Runde spielen und zwar im Einzel du wie stehts du bist neu hier rüber richtig? der Manager hat mir von dir erzählt ist uns schon alle ganz gespannt wie sich Kitschiras machen hast du Lust deine Runde zu spielen? zum Turnierein ok gut gut dann mag dich auf dem Weg zum Abschlag der Starter mit dem mit dem Visier die so wird dich durch die begleiten aber nicht ich kann alleine gehen du bist wie immer richtig? Jo sehr schön wenn ihr euch dann bitte zum Tee begibt Tee? warum? Tee? Hä? ich wünsche euch eine Einbürgerschaft und diese Tee so eine Art Gold Spezial und Ding äh 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 weiiiii weiiiiiit schlagen komm oh k oh wuuh 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 nein das war nicht gut fack ähm schlag weiter und ok dann würde ich mal ver discoursen rein ja eine mit 1 pa här man Papa! Das verkackte ich ja gerne mal! Hab ich erwähnt, dass ich früher auch immer neu geladen habe und nachdem ich verkackt habe. Mann, das ist so klar! Nein, das wird doch wieder schwierig! Ich muss mehr zurück und wenn ich mir in die Angelegenheit bin, dann wird das noch immer so. Ja, besser hat man. Das wird mir auch keine. Ja, ist ein Punkt. Falls geht in die Baume, falls da auch in die Baume geht. Ich bin einhörig zu viele Bäume! Ich krieg den Dreh so langsam schon wieder raus. Das werde ich schon alles schaffen. Und durch voll. Und durch voll. Und durch voll. Und durch voll. Und schaffe ich. Diesmal schaffe ich den Paar. Ich krieg den zwar auch nicht wirklich was, aber ich schaffte den nicht so gut. Zehn. Na komm schon, na komm schon, na komm schon, na komm schon. Nein. Nein, also. Schon wieder neu. Stimmt, werde ich es am Ende völlig überraschend schaffen. Backspin. Ja, okay, der macht noch ein bisschen der Fight. Äh, ich habe es am Ende. Okay, das ist ein Birdie. Oder, oder, oder. Nein. Oh, Gott. Ich hätte es besser lustig. Nein. Ich würde mich nicht mehr schafften. Nein, schafften. Ich will es aber auch zu meiner Vergangenheit, dass das schon seit ewig hat, ich will gespürt werden. Ich freu mich so ein bisschen aus der Top 10. Ich werde die große, glaube ich, nur einmal zeigen. Und wenn ich die nicht mehr und erst einmal schaffe, dann hol ich sie halt so offscreen nach meiner Art. Und dann zeige ich mich halt so wie sogar auch. Soll ich... Fertig! Wegspin! Wegspin! Und ja... Wegspin! 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 Und Vollpower! Wegspin! Noch ein... Ach, nein, nein! Wegspin! 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 Wegspin!